Heute erleben wir einen der besten Plot Twists der One Piece Geschichte. Let's get ready to Spoiler! Wie immer nach einem kurzen Intro. Was geht ab Leute, Zane ist wieder da und zwar mit den Spoilern zu One Piece Kapitel 933, wie immer übersetzt aus dem PirateBot, diesmal von meinem geschätzten Anime YouTube Kollegen GensoTV. Wenn ihr ihn noch nicht kennt, auch er ist ein One Piece Theoretiker bzw. ein großer One Piece Fan, hat seinen eigenen YouTube Kanal, macht echt großartige Videos, deutlich besser als so einige andere One Piece Tuber. Schaut doch mal bei ihm vorbei, lasst ihm auch gerne ein Abo da, es lohnt sich auf alle Fälle. Kommen wir aber nun zu den Spoilern mit dem wunderschönen Titel Die Baumherzigkeit eines Samurais. Auf der Coverpage sehen wir Enel, er ist in einer Himmelsstadt und macht Kaugubi Blasen mit ein paar Fröschen. Wird wohl mit ziemlicher Sicherheit wieder so ein Friend Request sein bzw. ein Leser Request, wo Oda momentan sehr viele zeichnet, wird also wohl mit großer Wahrscheinlichkeit nichts mit der Story zu tun haben. Auf jeden Fall Wechselszenen rüber zu Orochi, und zwar ist er jetzt offiziell bestätigt der Nutzer der mystischen Schlangen-Schlangenteufelsfrucht Modell Yamato no Orochi. Es erscheint, dass alle 8 Köpfe ihre eigenen Ideen und Gesinnung haben. Ist jetzt halt natürlich die Frage, was für Persönlichkeiten die alle haben. Ist der eine jetzt so brutal lustig und der andere brutal böse und einer voll gut und einer eigentlich ein ziemlicher Waschlappen. Das könnte wirklich interessant werden, schauen wir mal. Orochi fordert von Kumurasaki eine Entschuldigung, doch diese weigert sich allerdings, das haben wir schon im letzten Kapitel erlebt. Orochi wird wütend, aber er liebt Kumurasaki für ihre Schönheit. Daher greift er aus Wut seine Untergebenen in der Nähe an und beißt diese. Das ganze Parkett ist ein heilloses Durcheinander. Irgendwann erreicht er trotzdem Kumurasaki und hält diese in seinem Maul. Einer der Oni-Wabanschu entdeckt Nico Robin und erkennt diese als Eindringling. Er beschwört Raijin und Fujin um sie zu ergreifen. Wow, da bin ich echt mal wirklich gespannt. Ich gehe mal davon aus, das wird dieser Ninja sein, der auf diesem komischen kleinen Wal-Fisch, Walrossfisch, wie auch immer das heißen soll, stand. Denn er hatte an sich schon so eine Art, als könnte er solche Sachen beschweren. Er hatte ja auch diese komischen, diese Trommeln, so wie Enel sie hatte hinten auf dem Rücken. Könnte auch wieder sein, dass es dabei wieder um Blitz geht. Oder es wäre auch möglich, dass es vielleicht zwei diese Oni-Wabanschu an sich, diese Raijin und Fujin beschwören. Weil es gab ja auch nochmal so einen anderen, der auch wieder so einen Wolkenschal hatte. Keine Ahnung, wie man das nennt. Wer es nicht weiß, Raijin ist sozusagen ein Donnergott oder eine Donnerkreatur. Und Fujin ist ein Windgott bzw. Windkreatur. Da bin ich echt mal gespannt, wie die wohl aussehen und ob es sich dabei auch wieder in irgendeiner Form um eine Teufelswucht handelt oder wirklich mal tatsächlich ein Ninjutsu. Brook erscheint und erschreckt die Ninja in seiner Skelett-Dämonen-Form. Die Ninja und Otoko erschrecken sich zu Tode und Otoko verliert das Bewusstsein. Brook ist der Hero. Und warum haben Ninjas Angst vor einem Skelett? Ich meine gut, Wano Kuni ist ins alte Japan angelegt. Damals war man noch deutlich, deutlich, deutlich schreckhafter und hat halt eben an solche Sachen geglaubt, wie Geister und Pipapo und Dämonen und alles das Böse. Aber dass sich halt so hartgesonnene Ninjas vor Brook zu Tode erschrecken? Okay. Ist eine Möglichkeit. Hanzo, ein Ninja erscheint hinter Nami und Shinobu, die gerade eingreifen wollen. Ja gut, damit musste ich jetzt ganz ehrlich, das hatte ich voll vergessen, dass Nami und Shinobu ja in der Decke versteckt waren und die jederzeit eingreifen konnten. Aber wer zur Hölle ist Hanzo? Wir hatten in Naruto einen Ninja, der hieß Hanzo der Salamander. Ich glaube, so war sein Name. Es war so ein altgediegener, starker Ninja. War der nicht sogar ein Kage? Boah, das ist echt schon wieder eine Weile her. Naja, sind wir mal gespannt, ob er in irgendeiner Form an den angelehnt ist. Wäre zumindest mal interessant. Hanzo erinnert sich an Shinobu. Und sie war anscheinend mal ziemlich extrem schön und konnte sogar Nami Konkurrenz machen. Say what? Naja gut, da bin ich mal gespannt auf die Bilder von Shinobu von früher. Hanzo sagt dann auf jeden Fall, Entschuldigung, ich habe dich mit jemandem verwechselt. Shinobu wird wütend und greift seine Königsjuwelen an. Naja, ihr wisst schon. Sie benutzt ihre Teufelskraft, um die Decke verrotten zu lassen. Diese stürzt zusammen mit Nami und Shinobu auf den Shogun. Dieser spuckt Kumurasaki wieder aus. Kiyoshiro erscheint mit seinem Schwert. Er fragt Kumurasaki, ob sie bereit sei und sie antwortet mit Ja. Bereit für was? Naja, genau für das was jetzt kommt. Und zwar, Kiyoshiro schwingt sein Schwert und die schönste Frau von Wano Kuni sinkt dann nieder. Just why? Why? Ich verstehe es nicht. Ich meine, ich habe auch diese Szene hier. Das sind mal die ersten Spoilerpicks aus Manga-Helpers. Ähm, warum? Das ist... In keiner Weise verstehe ich das jetzt. Was soll es bringen, wenn Kumurasaki stirbt? Oder wenn er sie zerschneidet? Hat sie vielleicht auch irgendeine Teufelsfrucht, die halt eben erst erweckt, wenn sie tot ist? Vielleicht so eine Art hier... Es gibt doch solche japanischen Geisterfrauen, die umherwandern und halt eben Angst und Schrecken verbreiten. Vielleicht hat sie sowas ähnliches wie Brook, eine Teufelskraft, die sich halt erst nach dem Tod aktiviert. Wäre schon wirklich ziemlich krass. Boah, das ist... Das geht jetzt echt etwas über meinen Verstand, muss ich sagen. Ich check nicht, was das sein soll. Vor allem halt auch mit diesen Theorien, dass ja Kumurasaki Hiyori möglicherweise ist. Ähm... Jetzt ist Momonosuke da und sie stirbt. Hm... Wenn sie wirklich stirbt, dann ist es eigentlich mit diesem Hiyori-Quatsche schon wieder ad acta gelegt, weil... Ich glaube nicht, dass Oda Hiyori jetzt einfach so sterben lassen würde. Auf jeden Fall ist es sehr, sehr komisch. Ähm... Kiyoshiro erkennt die Zeichnung von Kinemon in der Hand von Kumurasaki, ja? Auch sie hat nämlich dieses Symbol... Ich glaube, das waren irgendwie die Schlangen und Mond oder so, ähm... Wo Kinemon auf so Zettel gekritzelt hat. Und wo man halt eben an alle Samurai, die eben Kinemon noch treu ergeben sind, sozusagen verteilt hat. Und da ist ja echt die Frage, warum hat sie das jetzt bekommen? Kannte man Kumurasaki schon von früher? Oder hat sie es halt einfach mitbekommen? Oder hat es eigentlich Kiyoshiro bekommen, der möglicherweise mit denen irgendwie eine Verbindung hatte? Sehr, sehr strange alles. Und es lässt sehr, sehr viele Möglichkeiten offen. Orochis Herz ist natürlich gebrochen. Und das am Valentinstag. Eieieieieieiei. Und er fragt Kiyoshiro nach seinem Grund. Daraufhin sagt Kiyoshiro, das ist meine Barmherzigkeit als Samurai gegenüber Kumurasaki. Möglicherweise ist das Ganze jetzt so gedeutet, ähm, dass Kiyoshiro das Ganze nur sagt, um eben vor dem Shogun zu verschleiern, dass er eigentlich ein guter ist und mit Kumurasaki unter einer Decke steckt. Er tut so, als würde er sie töten, verletzt sie aber nicht tödlich, denn wie wir wissen, Kiyoshiro ist ein starker, starker Schwertkämpfer. Und ein Schwertkämpfer auf dem Level, eines Zoros, eines Mihawks, eines möglicherweise Kiyoshiros, können möglicherweise Gegner angreifen, ohne sie wirklich zu töten. Aber es halt so aussehen lassen, einfach mit sehr, sehr, sehr viel Blut. Ähm, Orochi entlädt seinen Zorn gegen Otoko und versucht Otoko und Nico Robin zu schlucken. Nami erscheint und beschwört Zeus. Und daraufhin prasselt es Donner auf den Yamato no Orochi. Endlich kommt Zeus mal in Aktion, das freut mich. In der Stadt Okobore bietet Otsuru Big Mom etwas zu essen an. Big Mom ist wieder zurück in ihren naiven kindlichen Verfassungen. Oje. Oje Mini, auch hier habe ich ein Bild zu aus Manga Helpers, wenn man sie schon anguckt. Also da oben. Oh mein Gott, jetzt werden sie eine Big Mom mit sich umher schleppen, die im Grunde im Kopf einfach ist, wie sie damals mit 5, 6, 7, 8 Jahren alt war. Und so soll sie dann möglicherweise noch gegen Kaido kämpfen. Du bist ein böser menn, pfff! Und dann haut da irgendwie so Berge kurz und klein und was weiß ich was. neighbourhood, das wird действительно wirklich interessant. Also wenn sie wirklich bis zu diesem großen, gewaltigen Krieg ihre Erinnerung nicht zurückkriegt, wird es wirklich, wirklich, wirklich spannend. So eine kleine, große Big Mom, wie sie halt gegen Kaido möglicherweise kämpft. Auf jeden Fall, falls ihr nicht übersetzen könnt, was sie ist, ich kann es nämlich nicht, das ist nämlich japanisch, aber einige Leute aus Manga Helpers oder auch der GensoTV haben sie übersetzt und zwar heißt es hier Udon? Gibt es dort viel Mochi-Bohnensuppe? Lasst es uns angehen! Yay! Oh man, Big Mom. Naja gut. Zu guter Letzt steht da noch dran, nur noch 9 Tage bis zum großen Kampf und wir nähern uns so langsam der Entscheidungsschlacht. Sind wir darauf gespannt. Auf jeden Fall waren das mal die Spoiler zu One Piece Kapitel 933. Ich hoffe es hat euch gefallen und ich bin euch nicht ganz so zu verrückt. Auf jeden Fall, wenn euch meine Videos gefallen, wenn euch mein Kanal gefällt, vergesst nicht einen Daumen nach oben da zu lassen, einmal einen Klick auf den Abonnieren-Button, falls ihr mich noch nicht abonniert habt und keine Videos mehr in Zukunft verpassen möchtet. Und für die, die mich extra unterstützen möchten, habe ich mittlerweile auch Oh, ich hasse das mit diesem Spiegel verkehrt. Und zwar Patreon eingerichtet. Es unterscheidet sich zum Patreon von vielen anderen Leuten. Ich habe da noch nicht allzu viel gemacht, ein bisschen Text mal reingeschrieben, habe auch noch keine Ziele gesetzt oder sonstige irgendwelche Sachen. Aber ganz wichtig ist es hierbei und zwar, ich werde keinen Content hinter irgendwelchen Paywalls verstecken. Das heißt, es wird keinen speziellen Content geben für Leute, die mich eben mit ihrem Gelde tatsächlich unterstützen. Denn ich mache das Ganze zum Spaß. Ich mache das jetzt nicht, um damit unbedingt mein Lebensunterhalt und sowas zu verdienen. Ich habe einen Job, mit dem ich gut für Geld verdiene. Habe eine wunderschöne Frau daheim. Habe ein Dach über dem Kopf und das nicht mal gerade klein. Es ist wirklich für mich einfach zum Spaß. Ich finde es lustig, mich einfach ein bisschen mehr über One Piece zu informieren, Videos rauszuhauen, das Ganze zu bearbeiten. Es ist wirklich ein Hobby. Natürlich würde ich es nicht ablehnen, wenn da irgendwann mal was bei rumspringt und auch wenn es so viel rumspringen würde, dass es sich zum Leben ausreicht. Dann hätte ich halt deutlich mehr Zeit, um noch mehr Content zu erstellen. Aber es ist einfach wichtig, das ist ein Hobbyprojekt. Mein Content, ich möchte einfach nur, dass die Leute es angucken, ob sie es nachher mögen oder nicht. Sei mal dahingestellt. Aber den Leuten, die es gefällt, sollen immer die Möglichkeit haben, meinen Content anschauen zu können. Wenn man mich unterstützen will, ist das komplett auf freiwilliger Basis. Es werden keine Videos speziell einfach nur für Leute geben, die mir halt etwas spenden. Ich muss mir zwar trotzdem nochmal irgendwas einfallen lassen, denn natürlich Leute, die einen gewissen Betrag spenden und ihr hart verdientes Geld für mich zum Fenster rausschmeißen sozusagen. Tut mir leid, aber so sehe ich das nun mal. Ich bin irgendein Depp, der halt ein paar Videos erstellt. Die müssen auf irgendeine Art und Weise belohnt werden, aber halt nicht in der Richtung, dass halt die irgendwelchen speziellen Content bekommen, den andere Leute nicht sehen können. Davon halte ich nichts, das möchte ich nicht und werde ich auch niemals tun. Aber in irgendeiner Form muss ich die halt trotzdem natürlich ehren. Das heißt, entweder kriegen sie eine spezielle Erwähnung einfach in jedem meiner Videos oder öfters mal in den Videos, in meinen Livestreams. Ich zocke mit ihnen, ich lade sie in irgendwelche Videos ein, wo ich vielleicht mal über ein bestimmtes One-Piece-Thema rede. Ich weiß noch nicht genau, wie das Ganze aussehen soll. Also es gibt mehrere verschiedene Ideen und ich muss mal raussuchen, wie, wo, was ich da mache. Aber auf jeden Fall sollt ihr wissen, alles ist freiwillig. Ihr müsst nichts tun. Mein Content wird immer für alle offen sein. Und jetzt habe ich viel zu lange darüber geschwätzt. Ich glaube, das ist genauso lange, wie mein Video eigentlich lange war. Naja, gut. Wenn es euch gefallen hat, wünsche ich euch wie immer viel Spaß und haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.